Ich glaube dafür, dass dieser Hund endlich mal baden kann. Dann schauen wir doch mal, wie es den T-Rex jetzt geht. Hallo, Pexy, Pexy. Mama, pichi. Hallo, komm hier, guck mal, lecker, lecker. Er hat jetzt ein bisschen Schiss, weil sonst der andere nicht hier drin ist. Ich kümmere mich ja um den alleine. Wo wollte ich denn? Guck mal. Oh, er hat sich gerade vor dem Rum hier. Ist doch gut. So ist hein. Jo, fein. Vorne ist er zu kurz. Und hinten ist er normal lang. Das ist das Problem. Dicker. Entspann dich. Ja, guck mal hier. Hier. Guck mal hier. Ja, guck hier. Pexy, weil er übt hat. Guck mal hier. Ja, fein. Guck mal hier. Dicker, wie merkt wo dich der Löff, dass der Arsch oben ist? Das ist, weil seine Vorderlöffel zu kurz sind. Komm mal her, komm. Komm her. Ja. Siehste. Na komm her. Komm her. Super. Peter von mir hat da keine Angst mehr. Weil ich mich immer um ihn kümmere. Ja, ist doch gut. Hallo Leute, heute gehe ich mit euch in den Familien- und Haustierparkingpark gehen. Kommt doch einfach mit. Ähm, hallo? Ihr sollt mitkommen. Jetzt gehen wir mal logisch durch. Ich kaufe jetzt hier für 50 Cent Futter. Ja? Und will dann die Tiere püttern, ja? Lauf, 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 lauf. Zum Beispiel hier unten das süße kleine Ding. Und was steht da oben? Bitte nicht füttern. Soll ich das Futter jetzt essen oder was? Wir fahren jetzt über den See, über den See, wenn ich raufkomme. Wir fahren jetzt über den See. Ich glaube, ich werde Mitglied. Nein, nein, nicht. Nein, doch nicht. Der ist voll weich, der hat ja noch den Basten. Schmusi-Pusi. Ja, der war für mich interessant, weil ich den anfressen kann. Wenn man den nur angucken kann, ist es für mich uninteressant. Ich will fühlen und erleben und nicht nur angucken. So, wir gehen mal weiter. Ich hänge. Guck mal, jetzt ist er schon hier oben. Hier, guck mal. Hier. Klup, klup. Jetzt mach das auch. Seht ihr? Wo finde André da was? Guck mal, da ist noch ein Wurm hier drin. Musst du dir aber selber aufmachen. Da. Da ist noch ein Wurm. Hast du gut gesehen. Prima. Und einer macht gerade einen Stift. Guck mal, hier ist auch noch ein Wurmi drin. Guck mal hier. Schupp. Ach, der will flüchten. Guck dir das an. Da. Schupp. Dann musst du wieder aufmachen. Mach mal wieder auf hier. Da. Na, wo sind die Würmchen? Na, super. Fein. So lernt er nämlich auch seine verkümmerten Pfötchen einzusetzen. Wah, dass die wieder was für irgendwas gut sind, mein Freund. Guck mal, hier ist ein Würmchen wieder drin. Kannst du wieder aufmachen. Hol dir dein Würmchen. Na komm, du schaffst es. Hier ist überall ein Würmchen. Guck mal. Hier ist ein Würmchen. Ach. Du alter Klaukönig. Du alter Klaukönig. Guck hier. Du darfst klauen. Ich habe ihn angefasst. Hast du sie gesehen? Hier. Guck mal. Guck mal, was ich schon kann. Fein. Gut gemacht. Hier. Ist doch gut. Hier guck. Der sieht da draußen schon wie ein bösen Vogel. Hier guck. Entspann dich, Dicker. Ist alles gut. Schöcher. Ich geh mal. Vielen Dank.